Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir, einem brandneuen Video. Wir befinden uns heute in Wien, also im nördlichen Teil von Wien, also irgendwo oben drüber und haben hier ein altes Gasthaus gefunden. Wir sind heute praktisch auf Lost Play Store und wir wollen uns natürlich mal das Gasthaus anschauen, was man hier drinnen entdecken kann, wie sie drinnen ausschaut. Wir waren vor langer und langer Zeit schon mal hier gewesen, ich schätze mal drei, vier Jahre ist es mindestens schon her und nie haben wir ein Video gemacht und heute dachte ich mir, ich nehme heute meine Kameras mit und wir machen heute hier ein Video aus diesem alten Gasthaus. Wir wollen jetzt natürlich mal umschauen, was man noch entdecken kann. Es ist fast unberührt, es ist nichts kaputt, nichts angeschmiert, es ist perfekt. Deshalb verrate ich auch gar nicht, wo das groß ist, ich hoffe, man sieht es im Video nicht. Wir wollen jetzt mal umschauen, was man hier entdecken kann und wenn du neu auf meinem Kanal bist, hinterlass doch bitte ein Abo und aktiviere die Glocke. Wir schalten uns jetzt hier mal in diesem Gasthaus etwas um. Viel Spaß bei diesem Video. Wir sind heute mal auf Lost Place Tour. Wir waren schon vor längerer Zeit mal hier gewesen. Wir waren schon vor längerer Zeit mal hier gewesen. Ja. Wir sind heute mal hier gewesen. Untertitelung des ZDF, 2020 Hier kann man noch viele Sachen erkennen. Wir sind hier in einem alten Gasthaus. Wir wollen mal hinter die Theke gucken. Was man da noch so entdecken kann. Das Gasthaus muss schon lange leer stehen. Das ist sogar ein Gasthaus mit Wohnung. Und hier ist die Küche. Da hat sicherlich lange keiner gekocht. Wahnsinn, Wahnsinn. Auch mir gefällt es. Immer wieder erstaunlich, was man hier noch findet. Und was in den Schränken noch drin ist. Na toll. Schaut euch die Badewanne an. Mit so einem alten Badeofen. Leider ist schon alles kaputt gemacht. Baden gehen würde ich jetzt hier nicht mehr unbedingt. Jetzt schauen wir nochmal hier lang. Es muss eigentlich noch eine zweite Etage geben. Irgendwie, irgendwo, das ist das Klo. Eine Urkunde. Ah, hier standen die CO2 Flaschen für das Bier. Und das Kühlrahmen. Und hier sind wir wieder in der Küche angelangt. Wir gucken nochmal, was wir hier noch so finden. Finden. Da, für die Bestellung. Wir sind praktisch jetzt hier in der Apteke. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Und dann, da kommt das Bier raus. Schönes Kaiserpilz. Da gibt es sogar Diplom. Bierzapfdiplom. Cool. Ja. 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 Ja.